Kein McFly hat es bisher in der Geschichte von Hill Valley zu etwas gebracht. Dann wird sich die Geschichte ändern. Ich bin hier mit einer Zeitmaschine, die Sie erfunden haben. Marty, bist du hier schon mit irgendwem in Kontakt getreten, abgesehen von mir? Es könnte möglich sein, dass mir meine Eltern über den Weg gelaufen sind. Guntgültiger! Wir müssen dich nach Hause bringen! Straßen! Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen! Vielleicht wären wir dort aber besser aufgehoben, Doc. Wir müssen weg zum Punkt wieder hochschrauben. W直her in der Geschichte der Geschichte war, Wir müssen nach Hause in der Geschichte der Geschichte schadern in den Gäste.